Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren Minecraft Video. Heute eine kleine Runde Micro Battles auf dem Cookie-Build-Server. Heißt das Cookie-Build? Nein, ich glaube es heisst Cookie-Build. Ja, heute spielen wir natürlich eine Runde Micro Battles, weil ich es kann und ich nichts anderes aufnehmen kann, weil eine Runde Survival Games oder Sky Wars viel zu lang ist. Und ja, kommt's drüber. Ah, das war ein Fehler. Alles klar. Ja, auf jeden Fall bin ich hier ein richtiger Pro drin und ich muss wieder warten. Aber die Runde setze ich mal aus und quatsche ein bisschen was die letzten paar Tage so vor sich kam. Also, am Wochenende wurde ich relativ schwer verletzt und musste ins Krankenhaus operiert werden. Und deswegen kam am Wochenende kein Video, weil ich behindert war. Ne, ich war nicht behindert. Eigentlich ging es mir relativ gut, aber ich konnte nicht spielen mit so einem Ding an dem Arm. Also, wenn man im Krankenhaus ist, bekommt man ja so ein Ding an dem Arm, also so eine Spritze. Und man muss irgendwie Flüssigkeit da rein bekommen. Oder ja, keine Ahnung, halt so ein Scheiss wird dort reingepumpt. Und ja, deswegen konnte ich ja kein Video machen. Okay, und wieso jetzt ich hier Micro Battle spiele, habe ich schon im letzten Video, glaube ich, schon erklärt, dass mein Speicher extrem abkackt. Und deswegen habe ich keinen Bock, großartig zu schneiden und nehme einfach ein paar Runden davon auf, ne. Boah, legt das. Oh Mann. Es kann sein, dass ich mich etwas anders anhöre. Also, irgendwie anders, ja, was anders. Ein bisschen komischer halt einfach. Alter, boah, legt das die ganze Zeit. Alter. Wir gönnen uns richtig, ne. Alter, gönn dir doch noch mehr, Junge, gönn dir mehr. Ja, ich besuche mal Geld, weil ich es kann und ich den Kuchen super lecker finde. Alter, der hat Schneebälle, den muss ich töten. Alter, habt ihr es gesehen, das ist eine Explosion zweiten Grad ist. Alter, was habe ich gesagt? Ist er noch irgendwo blau? Ne. Explodiert es noch irgendwo, Alter. Weil Schneebälle sind, also nicht Schneebälle, aber ich bin ja Team Blühen, Alter. Ich bin ja manchmal auch etwas behindert. Oh, den habe ich, nice. Komm, noch einen, noch einen. Oh, nice, den habe ich auch noch. Es muss noch rot her, come on. Nee, oh, nice, ich habe gewonnen. Geil, geil. Komm, schaffe ich es noch? Oh, ich habe es noch geschafft, nice. Oder habe ich es geschafft? Na, keine Ahnung. Mann, habe ich noch? Läuft die Aufnahme? Na, ich glaube, die läuft. Läuft. Hier hat man übrigens, ja, immer das gleiche Kit. Ein paar gefärbte Lederrüstungsteile, also volle. Alter, ich glaube einfach immer scheiße. Und der macht scheiße. Ich glaube scheiße und der macht scheiße. Leucht auf jeden Fall. Wir haben, Alter, Alter, Alter. Alter, wie habe ich denn nicht getroffen? Den habe ich doch getroffen. Ich bin doch so gut. Und den gelben will ich auch noch ficken. Komm her, komm her, komm her. Alter. Tschüss, 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 tschüss. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Alter, auf dich auch nicht. Kämpft, kämpft. Meine Sklaven, kämpft. Kämpft. Alter, Alter, ich habe den auch gekillt, Junge. Ich habe den gekillt. Okay, ihr merkt schon, dieses Spielmodus ist nicht weniger spannend, sondern ein bisschen mehr. Weil die Map so mikrolastig ist. Alter, direkt sneaken, direkt sneaken, Junge. Kommt her. Ich muss mich ein bisschen verstecken. Aber ich bin grün. Alter, ich muss mehr auf die Farben achten. Okay, den ficken wir, den ficken wir. Komm, den ficken wir. Kommt her. Kommt her. Yeah. Alter. Dieser Spielmodus ist auch extrem spannend. Aber ich darf nicht zu viele Runden aufnehmen wegen dem Speicher. Okay, ich würde sagen, das ist die letzte Runde für heute. Weil ich habe so ein scheiss Zeitgefühl. Na, ich glaube, wir liegen noch relativ gut in der Zeit. Weil ich darf halt nicht mehr so 6 Minuten aufnehmen. So maximal 7. Weil es ansonsten wird extrem kritisch. Kritisch, bedrätisch. Kann ich ja durch? Aber weißt du was? Wir holen uns, wir zwei holen uns das grüne Team. Alter, alter. Ich hasse die Team Siebpfeile, Junge. Ich hasse die Team Siebpfeile so. Alter. Okay. Das war so ein kleiner Anblick auf diesen Spielmodus. Ich gehe wieder hier oben irgendwo hin. Mache die Abmoderation. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich um eine positive Bewertung freuen. Und ja, falls ihr mehr von diesen Spielmodus sehen wollt, könnt ihr es ruhig in die Kommentare schreiben. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.